Wissen Sie, egal was ich tue, irgendwas passt hier nicht an mir. Was könnte das wohl sein, hm? Bin ich Ihnen vielleicht ein bisschen zu dunkel? Haben Sie Angst, dass ich Ihre Kinder aufesse oder einen Bombengürtel unter meinem Kittel trage, hm? Moment mal, nennen Sie mich jetzt hier einen Rassisten oder was? Das ist unverschämt! Sie kennen mich doch gar nicht! Außerdem, nur um das klarzustellen, ich habe einen Flüchtling zu Hause. Sie haben ein, ein was? Einen Flüchtling, ja. Wir duschen sogar zusammen. Wie bitte?